Welles, Glückwunsch zur EM-Prosse-Medaille. Also von hier draußen verrückt, ich habe es fast verpennt, weil das so knapp war und dann aber hieß es, nee, vierter Platz und jetzt auf einmal standet ihr auf dem Sieger-Podest. Ja, Dankeschön. Wann habt ihr es realisiert, Jasmin? Ja, wir waren erst ein bisschen traurig, weil wir dachten, wir sind vierter und dann kam aber der Karl Haug zum Steg und hat uns gratuliert und meinte, wir sind zeitgleich mit den Belgierinnen und dann ging die Laune auf einmal wieder ganz nach oben. Steffi, wie zufrieden wart ihr mit dem Rennen? Ich sage mal so, selbst wenn keine Medaille rausgekommen wäre, also das war eines der besten Rennen, was wir je gefahren sind. Start, Steu-Übergang, wir haben so gut reingefunden an 250, ich war erschrocken, dass die rote Boje schon plötzlich da war. Dann nur am Endsport habe ich gemerkt, oh, war dann doch ziemlich hart, aber wir haben es irgendwie trotzdem gut gerettet. Letztendlich, die letzten Meter sind Übungssache und Trainingssache, aber es war so ein Top-Rennen und ich bin so zufrieden. Und dass jetzt doch noch die Medaille rausgekommen ist, ist auch umso geiler. Ja, Glückwunsch, genießt und wir freuen uns auf die WM mit euch. Danke, danke. Danke.